Du, Brad! Und Pitt? Wie spät ist es, Brad? Oh, verdammt, Pitt, es ist schon 8 Uhr morgens. Verdammt, Mann, ich muss in 10 Minuten zu Hause sein, Brad. Und Pitt, ich kann nicht mehr fahren. Ich hab die ganze Nacht Latte Macchiato getrunken. Können wir nicht mit deinem Wagen fahren? Das geht nicht, Brad. Meine Corvette hat einen Platten. Hey, dann nehmen wir einfach den Reserve-Reifen. Ja. Brad? Und Pitt? Das war eine echt geniale Idee von dir, mit dem Reserve-Reifen weiterzufahren. Ja.